Ah, Elisabeth ist das Mädchen mit der Taschenlampe und nicht mit den Schwefelhölzern. Na gut, der war nicht so gut. Und herzlich willkommen zu Bioshock Infinite mit dem alten Mann und der netten... Ja, ich wollte schon wieder kleinen Freunden sagen. Miss Elisabeth. Nicht noch so. Hey. Das ist eine ganz gemeine Störung beim Looten. Dafür führst du Looten. So. Und jetzt müssen wir zum Battle of Wounded Knee. Ah, die bösen Indianer mit blitzenden Augen. Der Blechsoldat hat das Lob für die Taten der echten Helden eingestrichen. Ihr gefährtem Miss. Er schmückte sich am 29. Dezember 1890 mit Ruhm. Wie meint er das? Ich gehe jetzt mal da lang. Hier gibt es doch bestimmt wieder was Schönes. Sag ich doch. Was haben wir hier? Eine Panzerfaust? Die sollte ich eigentlich nehmen, aber ich möchte nicht. Ausrüstung betrachten. Was haben wir denn hier? Neue Hosen. Meisterschütze. Erhöht den Schaden bei kritischen Treffern um 50%. Nehmen wir natürlich erstmal mit. Aber. Dose Boden. Hm. Könnte gefährlich werden. Methangase sind entzündlich. Nicht, dass ich dann eine Arsch-Explosion erlebe. Ne, eine Arsch-Prosion. So hieß das ja bei. Was ist denn das da für ein Lärm? Bleib doch mal hier. Wie ist das bei, ähm, Bulletstorm? Auch ein schönes Spiel. Habe ich auch letztes Spiel. Kann man nachschauen. Einfach die Playlisten begucken. So, dann wollen wir hier mal hebeln. Mit Heulen und Schreien das Kriegsspalt blutrot. So brachten sie unseren Helden den Tod. Doch die Unseren hatten den Willen zu siegen. Da konnten die Wilden nur unterliegen. Ja, ja. Hei, 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 hei. Sie waren dabei. Bei Wounded Knee. Ich sehe es ihnen im Gesicht an. Sag's ihr, Pucker. Sag ihr, wie wir wie die Helden von Spanien sind. Alter, übers Schlachtfeld schreiten. Ich höre noch die Schreie. Oh, ich wollte laufen. Hört Comstocks hier. So. Hier ist der Soldat, von dem ich sprach. Der Schlagmann, der Comstock, vor dir zu sein. Seid, auch ich recht habe. Sei mein Freund. Das war eine kurze Freundschaft. Ich helfe natürlich meinen Freunden. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Nein. Ich. Die ist gut, die Waffe, ne? Also die, die ich jetzt habe. Oh. Ich wollte den tun. Oh. 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 Kommt der auf einmal her. Ich habe das Falsche so jetzt. Wo ist er? Ich kann nichts finden. Glaubst du, du kannst mich aufhalten? Ja. Oh. Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich habe nicht rumgebeten. Ich habe nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich habe nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Ganz schön verbittert. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja? Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Blödes Pferd. Wann komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Ich bleib hier mal hängen. Hat einen fetten Arsch. Kommt von den vielen Torten, die ich hier mehr esse. Und Keksen. Ah, ich habe wieder was vergessen. Nein, Kacke. Oh. Nein, Kacke. Äh, so. Wo müssen wir jetzt lang? Da lang? Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Habe ich dich noch nicht überzeugt? Dann holen wir das gleich mal nach. Au. Wieder meine Einkaufsführung, Stör. Oh, sie setzt sich da aber todesmutig hin. Ja. Oh. Ich dachte, du läufst weiter. Man kann über Lady Comstocks sagen, was man will. Sie hat ein Auge für Mode. Aha. Sieht ihr schon wieder so einen Kuchen gegessen? Äh, das brauche ich nicht. Denn dann würde ich gerne meine Waffen verbessern. Ja. Aber ich glaube... Gut. Da waren nur... Ah. Blöde Kamera. Ja. Gibt es nichts Neues? Ja. Ja. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Oh, guck mal. Das Monument Island-Dingern hier. Das Wein. Schöne Musik. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang. im Bauch unserer Lady. Hä? Comstock hatte ein Kind? Ja. In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Es war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Ja. Hast du schön vorgelesen. Oh, ist das hübsch. Komm mal rein. Das ist mein Turm. Ja. Hey, Tracy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen füllen. Bin ich. Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Tja. Als Kind kann man sich das nicht aussuchen, was man... oder wo man geboren wird oder von wem. Ja, wir gehen mal hier rein. Hier wäre ein Schloss. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet, du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Tja. Hört sich ein bisschen nach Generalablass für alle Dinge, die man tut, die man hätte besser nicht tun sollen. Oh. Wie stürzt denn da in die Flammen? Sehr theatralisch. Ah, da. Lass uns mal hier reingehen. Ist bestimmt interessanter. Ja. Auf jeden Fall. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Zu fett. Sag's doch. Ich gehe in ein anderes Spiel spielen. Ja, ja. Schlanke Elizabeth. Ich komme nicht mehr raus. muss mich hirn. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Aha. Was? Mach! In Ordnung. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Äh. Buka, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Ja, ich sehe sie, aber ich... Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Das ist aber genau verkehrt rum. Achso. Und ich komme nicht runter. Hallo? Spielen? Äh. So geht's auch. Ich behalte meine Knarre. Erstmal gucken, von wo. Kann ich mir nicht noch einen Freund basteln? Hallo, Freund. Ach da, ist ein Turm. Den habe ich gar nicht für voll genommen. Ja, her damit. Danke dir. Oh, ein Schuss. Aua. Dann stirb. Und schieß nicht auf mich. Na, hier. Wo ist er hin? Warst du das? Kommstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Ja. Weißt du, was du da hast, Bucke? Es reicht Slate. Wir brauchen die Strachtagen. Aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns so oder so. Lachen wir mal genau in der Mitte. Das wollte ich schon immer mal. So, und jetzt werde ich... Achso. Erstmal gucken. Eine Banane ist immer gut. Ah, apropos Banane. In Radfahrer kreisen übrigens Affenkotelett. Hier liegt noch einer. Ja, nix. So, wir müssen hier oben lang. Das Geschütz kann man, glaube ich, auch untersuchen. Habe ich aber voll. Ein Fass. Was haben wir denn hier? Ein Rabatt-Dollar-Büll. Was der wohl haben mag. Wollen wir mal gucken. Eine Magazinvergrößerung für die Pistole. Na toll. Ich habe doch... Ja, nehme ich gern. Ich habe doch gesagt, ich schieße nicht mit der Pistole. Ich mache das Spiel mit Absicht. Gehen, Medizin-Kids. Halt die Augen auf nach dieser Schock-Jockey-Kraft. Was haben wir hier? Beherrschung billiger. Äh... Dann tun wir mal so. Ich weiß nicht, ob man da nicht nur Geld kriegt, sondern... Ah, das ist nicht billiger. Mir fehlt noch ein bisschen. Und lernen Sie das brandneue Schock-Jockey kennen. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Aber hier sind noch Kine... Kino... Kine... Dinger. Tooskope. Wir gucken mal. Seht, das Wunderkind. Eine Freiprophezeiung wird wahr. Oh. Nach nur sieben Tagen in Lady Comstocks Schoß kommt das Wunderkind zur Welt. So ein Quatsch. Die haben das Kind geklaut oder so. Lady Comstock ist die richtige Mutter für dieses Wunder. Ja, 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 ja. Die Zukunft unserer großen Unternehmung liegt in ihren kleinen Händen? Oder irgendwie so... Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Das Lamm ist die Zukunft der Stadt. Aha. Der Spross des Propheten wacht von Monument Island aus über uns. Entschuldigung. Dann kommt sie. Sie ist da. Sie ist da. Nur der große Prophet weiß es mit Sicherheit. Na. Ob der das weiß? Oh. Entschuldigung. Das sollte nicht so... Gefällt mir nicht der Raum. Nein. Gefällt mir wirklich nicht. In Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie Zu wach ist jener Schlag von Mann Wir halten und schreien das Verliegswald Doch hier verheirten wir ein Der hat das Knie und sah in seiner Prophetie Lechmänner-Bucke Dazu wird Comstock uns machen Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen Habe ich's doch gewusst Ja auf das Getriebe zielen Ich ziel dir gleich mal auf dein Getriebe Siehst du Booker Vielleicht bist du noch der, den ich kannte Vielleicht auch nicht Es spielt keine Rolle Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht Ach, wieso nicht? Jetzt will er mich kriegen Und wenn ich weg bin Bleibt nur noch die Lüge Aha Gib uns einfach was wir brauchen Diese Risse sind nützlich Hoffentlich bleiben die alle drinnen hier Ist hier noch irgendwas Geld oder so? Was haben wir hier? Ne, die behalte ich jetzt erstmal Hätte ich mir die ja ganz umsonst mitgenommen Mach mal auf hier Äh, bitte Ja, das hab ich gewusst Und der braucht jetzt Fünf und ich hab fünf Kannst du dir das mal ansehen? Hm Bitte Der Laden wurde geplündert Hier gibt es keinen Schockjockey Slate muss es mitgenommen haben Da, brauchen wir Geld? Ja, wo bist du? Hüpp Oh, das könnte reichen Da gab's ja noch was am Ah, da ist noch einer Ja, gut Das sieht gut aus Hier ist noch einer Ah, da war noch was zu fressen Hier auch War das das jetzt alles hier? Oh, guck mal hier Das kann man Was war das? Hab ich eine gewischt gekriegt? Oder was war das? Ach Ich glaub, das haben wir noch gar nicht geguckt Hier, ne? Ich guck mal Wir können's ja abbrechen, wenn wir es gesehen haben Eine Stadt trauert Aha Ach, Lady Comstock Lady Comstocks Grab in Emporia Da liegt sie Und ich kann euch versprechen Das werden wir auch noch sehen Ihr Opfer Vielleicht war die Einwöchige Schwangerschaft doch anstrengender Als gedacht So, dann gehen wir mal hier lang An den Dingern vorbei Und dann gehen wir hier lang Und da gehen wir in der nächsten Folge durch Wollte ich sagen Kommst du mal zurück? Kind Wo hast du eigentlich deine hübsche Lampe gelassen? Ein Tonikum Links Wunderformel Urzeitliche Mysterien Aha Urzeitliche Mysterien Dann wird man zum Dino oder was? Gut Denn Bis zur nächsten Folge Tschüss Schmer dich Du ist Tschüss Oder Du bist Du bist Du bist